Vergiss Fahrradcomputer. Dein Smartphone ist das beste E-Bike-Display. Smartphone und App statt Fahrradcomputer? Wir sind uns sicher, dass E-Bike-Displays bald Geschichte sind. Warum wir davon überzeugt sind und was dein Handy zum optimalen Fahrradcomputer macht, erfährst du hier. E-Bike-Display Wusstest du, dass du mit der richtigen App kein extra Display mehr für dein E-Bike brauchst? Dein Smartphone ist der bessere Fahrradcomputer. In diesem Video verraten wir dir, warum Handy und App eine unschlagbare Kombination für die Steuerung deines E-Bikes ist. PowerUnity ist Experte in Sachen E-Bike-Software. Ich bin Matthias von PowerUnity und in dieser Folge tauchen wir gemeinsam in die Thematik E-Bike-Apps ein. Wenn dich das interessiert, dann bist du auf dem richtigen Kanal gelandet. Abonniere PowerUnity hier und werde Teil unserer Powerful-Community. Bereit? Dann lass uns gleich mit einer zentralen Frage starten. Warum eignen sich Smartphones so gut als E-Bike-Displays? Auf den ersten Blick sind sich ein Fahrradcomputer und ein Smartphone gar nicht so unähnlich. Beide Geräte haben einen Bildschirm, empfangen Daten, verarbeiten sie und zeigen sie dir an. Außerdem kannst du über beide Geräte mit deinem Fahrrad kommunizieren. Einen großen Unterschied gibt es aber. Moderne Smartphones sind viel leistungsstärker als jeder Fahrradcomputer. Ein iPhone beispielsweise ist eine Art Minicomputer für die Hosentasche. Damit kann kein Fahrradcomputer mithalten. Deshalb ist es nur logisch, diesen Minicomputer für dein Fahrrad zu verwenden. Du hast ihn wahrscheinlich sowieso ständig dabei und sparst dir obendrein ein extra Gerät. Voraussetzung dafür ist, dass dein Smartphone mit deinem Fahrrad kommuniziert. Viele moderne E-Bikes verfügen deshalb entweder über eine Bluetooth-Schnittstelle oder die Verbindung wird über einen sogenannten Datenlogger hergestellt. Datenlogger sind moderne GPS-Tracker, die E-Bike-Daten an eine Cloud senden. Von der Cloud aus werden die Daten dann an dein Smartphone gesendet. Ist das mit der Verbindung geregelt, brauchst du nur noch eine oder mehrere passende Apps, mit denen du zum Beispiel Einstellungen an deinem E-Bike verändern oder deine Fahrraddaten wie Geschwindigkeit oder Unterstützungsstufe einsehen kannst. Aber warum macht es überhaupt Sinn, Handys als Fahrradcomputer zu verwenden und nicht einfach ein Display? Ein Grund ist, dass die Displays moderner Smartphones viel größer sind als die Bildschirme von Fahrradcomputern. Außerdem sind sie hochauflösend und sie können in Farbe anzeigen. So kannst du Daten während der Fahrt viel besser lesen, auch wenn du in hohem Tempo oder Offroad unterwegs bist. Dazu kommt, dass du mit guten E-Bike-Apps mehr Einstellungsmöglichkeiten und mehr Funktionen zur Verfügung hast als mit einem klassischen Fahrradcomputer. Sogar Geld sparen kannst du. Zwar ist ein gutes Smartphone teurer als ein Display, aber du hast es wahrscheinlich sowieso schon, auch wenn du es bisher nicht für dein E-Bike brauchst. Und Nachteile von Handys als Fahrradcomputer? Nun, die gibt es, sind aber unserer Meinung nach zu vernachlässigen. Zum Beispiel kannst du nicht einfach aufspringen und losfahren, wenn du dein Handy als Display verwendest. Du musst erst das Gerät am Fahrrad befestigen. Mit modernen Halterungen geht das allerdings so schnell, dass du kaum einen Unterschied spüren dürftest. Auch die Angst davor, dass das Handy kaputt geht, ist eigentlich kein Argument. Denn mal ehrlich, ob du dein Smartphone am Lenker oder in der Tasche hast, macht bei einem Sturz keinen großen Unterschied. Für den Fall, dass es regnet, sind die meisten modernen Smartphones sowieso wasserdicht. Und wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann kaufst du dir eine Halterung mit Regenhülle. Übrigens, bei der Suche nach einer Fahrradhalterung können wir dir auch helfen. Lies dazu ganz einfach unseren Beitrag Fahrrad-Handyhalterung E-Bike-Straße und Smartphone im Blick durch. Dann weißt du, auf was du beim Kauf achten musst. Den Link dazu findest du hier unten in der Videobeschreibung. Aber musst du dich überhaupt zwischen Fahrradcomputer und Smartphone entscheiden? Nicht bei jedem E-Bike. Innovative E-Bike-Hersteller statten ihre E-Bikes mit sogenannten Mini-Displays aus. Das besteht nur aus einem Schalter zum Einschalten, einem Plus-Minus-Schalter für die Wahl zwischen den Unterstützungsstufen und einer kleinen LED-Anzeige, die die Unterstützungsstufe und den Ladestand des Akkus bei deinem E-Bike anzeigt. Der Vorteil eines solchen Mini-Displays besteht ganz einfach darin, dass du die Wahl hast, was du wann verwendest. Wenn du zum Beispiel eine kurze Fahrt unternimmst oder dein Smartphone vergessen hast, hast du immer noch das kleine Display. Auf längeren Touren hingegen kannst du das Smartphone verwenden. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum die meisten E-Bikes immer noch ein eigenes Display haben, obwohl ein Smartphone viel besser geeignet ist. Nun, ein Grund dafür ist, dass man in der Fahrradbranche gerne an bewährten Dingen festhält. Außerdem sind viele E-Bike-Apps, vielleicht kennst du das aus eigener Erfahrung, noch nicht ganz ausgereift. Die meisten stammen von E-Bike-Herstellern oder Motorenherstellern. Sie sind nicht unbedingt die besten Softwareentwickler. Unabhängige Entwickler dagegen haben es schwer, weil es wenige Standardelemente und Standardschnittstellen gibt. Trotzdem sind wir uns sicher, dass sich das Smartphone am Ende als Display durchsetzen wird. Das traditionelle E-Bike-Display wird aussterben. Bis es allerdings soweit ist, muss noch einiges passieren. Entscheidend ist, dass Fahrradcomputer-Apps zuverlässig funktionieren und sich schnell mit dem E-Bike verbinden. Außerdem müssen sich einfache Klickvorrichtungen für Smartphone-Cover als Standard durchsetzen. Mehr E-Bike-Hersteller müssen erkennen, dass das Smartphone das bessere E-Bike-Display ist und teure Fahrradcomputer durch Mini-Displays ersetzen. Schließlich müssen Hersteller von E-Bikes und Motoren offene Schnittstellen anbieten. Nur so können externe Entwickler gute E-Bike-Apps entwickeln. Übrigens wird der Generationenwechsel den Trend hin zum Smartphone als Fahrradcomputer beschleunigen. Denn aktuell gibt es noch viele ältere E-Bike-Fahrer, die wenig Smartphone-affin sind. Das wird sich aber bald automatisch ändern. Unser Fazit ist deshalb eindeutig. Bis Smartphones E-Bike-Displays ganz ablösen, wird es noch eine Weile dauern. Auch weil viele aktuelle E-Bike-Apps nicht so gut sind, wie sie sein könnten. Auf lange Sicht ist der Siegeszug von Handys als Fahrradcomputer allerdings nicht mehr aufzuhalten. Die Kombination Handy und App ist einfach viel mächtiger als jedes E-Bike-Display. Man muss ihr Potenzial nur nutzen. Wir bei PowerUnity tun das bereits. PowerUnity ist ein Entwickler von smartem Diebstahlschutz für E-Bikes. In Kombination mit dem GPS-Tracker BikeTracks gibt dir die PowerUnity-App die Möglichkeit, dein E-Bike in Echtzeit zu verfolgen und seinen Standort nach einem Diebstahl direkt mit der Polizei zu teilen. Außerdem wirst du per Smartphone alarmiert, sobald jemand dein E-Bike unerlaubt bewegt. Damit profitierst du von dem aktuell effizientesten E-Bike-Diebstahlschutz auf dem Markt. Im Jahr 2023 gehen wir allerdings noch einen Schritt weiter. Dann kannst du die PowerUnity-App als Displayersatz und GPS-Fahrradcomputer verwenden. Natürlich zusätzlich zu den bewährten Diebstahlschutz und weiteren Features. Für heute war es das von mir. Du willst noch mehr Tipps rund um E-Bike-Sicherheit und GPS-Technik erhalten? Dann schau auf unserer Themenseite PowerUnity erklärt vorbei. Hier gibt es jede Woche das Wissen, das du brauchst, um dein E-Bike vor Diebstahl zu schützen. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Du informierst dich aber lieber auf YouTube? Dann abonniere mit einem Klick auf diesen Button unseren Kanal und schau dir alle PowerUnity erklärt Artikel ganz einfach als Video an.